Hi, this is High as a Kite and you're watching Berlin Music TV. In Norwegen werden sie als die Newcomer des Jahres gehandelt und mittlerweile konnten sie auch die deutsche Indie-Pop-Szene begeistern. Zur Berlin Music Week spielten High as a Kite zu ihrer Deutschland-Premiere gleich zwei Konzerte. Vor ihrem zweiten Gig beim Berlin Festival haben wir die drei sympathischen Musiker zum Interview getroffen. Wie war es für dich? Es war gut. Die Leute waren da, sie waren schlappig. Es war schön. Any comparison zu den Festivals in Norwegen? Ich habe gesehen, dass du viele Festivals nach Hause gespielt hast. Wenn du es um die große Unterschiede zwischen den Festivals in Norwegen gespielt hast, was du sagen? Was ist die große Unterschiede zwischen den Festivals oder ist es eine Unterschiede? Es gab wirklich große Unterschiede zwischen den Festivals in Norwegen. Manche von ihnen waren 6.000 und manche von ihnen waren 4. So, es war, es war in der Mitte. Der Zuschauer ist wirklich gut hier. Sie hören, sie hören, sie applaudieren gut und sie kommen und schauen über neue Banden, obwohl sie sie nicht kennen. Und sie waren quieter, als die Norwegen. Ihr werdet euch heute wieder spielen, oder? Also, ihr werdet euch noch neue Songs aus dem neuen Album? Das kommt bald, am Ende August, wenn ich das richtig bin. Ja, wir haben eine EP gespielt, also wir werden alle diese Tracks spielen und einige Tracks aus unserem Debut Album. Aber das Album ist nur in Norwegen released. Also ist es eigentlich eine Premiere für alle deutschen Fans, wenn du sagst. Ja, einige Tunes sind eine Premiere. Also, wenn wir über dein neues Album sprechen, ich habe ein paar Sachen gehört, wie es Musik-Sounds gibt, es ist schwer zu beschreiben, wie Universal Musik oder so. Wie beschreibst du den Sound selbst? Was ist neu über dieses Album oder wie beschreibst du den Sound? Ich weiß nicht, was es neu ist, aber ich benutze diese Harpe, diese Siedler. Das ist vielleicht ein bisschen Mystisch. Ja, wie Mystisch oder so. Das macht es, ich weiß nicht. Der Sound ist irgendwie neu oder so. Willst du das auch auf der Stelle benutzen? Ja, ich spiele das Album. Oh, okay, perfekt. Und was würdest du sagen, wenn du die Kategorien, wenn du die Kategorien möchtest? Du bist in der Kategorie Indie-Pop-Musik. Ja. Was würdest du sagen, ist die große Unterschiede mit anderen Indie-Pop-Bands, die du hast? Ich meine, du hast mir schon gesagt, du hast den Big Harp, den du bist live. Aber ist es noch etwas anderes? Es ist nicht ein Big Harp. Okay, ich weiß nicht, aber es ist noch etwas anderes. Was würdest du sagen, okay, das ist unique bei uns? Das ist unser Speziales Sound? Das war wirklich schwer, ich denke. Okay. Ich weiß nicht. Wir sind alle educatoren, Jazz Musicians. Okay. Vielleicht ist das etwas. Wir haben diese Improvising-Thoughts über Musik. Wir haben vieles an unseren Instrumenten. Ich weiß nicht. Also, seit du spielst du im Berlin-Festival und du hast mehr und mehr Fins. Ja. Du denkst, ob du vielleicht ein Konzert spielst, in der Zukunft? Vielleicht in Berlin oder in Deutschland? Ja. Wir spielen viele Konzerte in Deutschland und den resten der Welt. Ja, ich würde gerne hören. Es gibt viele Akte hier im Berlin-Festival. Gibt es einen bestimmten Akte, die du gerne gesehen hast? Ja. Sigur Ruhs. Ja. Sigur Ruhs. Okay. Besides das, was würdest du gerne sehen? Ja. Ich würde auch gerne sehen Siegur Ruhs. Aber ich habe das Programm nicht verstanden. Okay. So gut. Ihr werdet hier den ganzen Wochenende oder werdet ihr morgen? Ich werde morgen morgen. Okay. Perfect. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke. Ich wünsche dir gute Gigs. Danke. 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 Danke.